Das letzte Fohlen hier in der Bahn ist die Nummer 329. Ein Stutfohlen vom Kasal aus einer Katago-Kalando 1, Landgraf 1-Fanese-Mutter der Zuchtgemeinschaft Röden-Witzum, Stamm 5421, geboren am 12.06. Das macht doch gerne. Und auch für dieses Fohlen gilt, es ist prämiert und qualifiziert für Berndorf, deshalb gibt es die goldene Plakette erst dort. Glückwunsch! Glückwunsch!